Dominik hier. Im folgenden Video zeige ich euch den TP-Link VR900V, ein All-IP-Gerät, mit dem ihr nicht nur einen Router bekommt, sondern wie in vorherigen Videos schon gewünscht, ein Gerät, was alles kann. Telefonie, Internet, VDSL, Wi-Fi, Beamforming, einen kleinen NAS-Server, UPnP, Medianserver und was solche Geräte alles mitbringen. Bisher hatte ich immer die Fritzbox im Einsatz, wollte aber mal ein preisgünstigeres Gerät testen, um zu sehen, was am Markt denn möglich ist und wie sich andere Geräte schlagen. Da mein Nachbar TP-Link einen Powerline erfolgreich im Einsatz hat und die Bewertungen auf Amazon für das Produkt sehr gut waren, ebenfalls dieses Gerät in der aktuellen Connect-Zeitschrift ausgezeichnet wurde, habe ich mir das angeschaut und einiges rumgetestet und meine Erfahrungen teile ich mir durch jetzt. Schauen wir zunächst mal, was in der Verpackung alles drin ist. Wie auf den Bildern zu sehen, kommt das Gerät an sich, die Schnellstart-Einleitung, Sicherheitshinweise wie immer, ein Netzteil und sämtliche Kabel und Adapter, die hier benötigt. Was genau der Lieferumfang ist, seht ihr auf dem Bild und natürlich auf der Produktseite bzw. bei Amazon. Die Links findet ihr übrigens wie immer in der Videobeschreibung und auf idomics.de. Schauen wir uns das All-in-One-Gerät einmal an. Auf der Vorderseite in weiß gehalten, genauso wie die drei Antennen sind ebenfalls in weiß gehalten. Drumherum ein Rahmen in silberner Optik, der auch gleichzeitig den Standfuß darstellt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das Gerät so an die Wand zum Beispiel montieren sollte. Vermutlich aber soll das überhaupt nicht geschehen, sondern nur stehen. Auf der Rückseite finden wir einmal den DSL-Anschluss, den USB-3-Anschluss, die Reset-Taste, die vier LAN-Anschlüsse, Telefon 1 und Telefon 2, einen Power-On- und Off-Schalter. Ihr könnt das Gerät also ein- und ausschalten und müsst nicht das Netzteil dazu zuziehen. Ein weiterer USB-2-Anschluss findet sich auf der Seite. Ebenfalls auf der anderen Seite finden sich die Taster für DECT für Wi-Fi zum Ein- und Ausschalten und natürlich WPS für die schnelle Wi-Fi-Verbindung von Geräten, die das beherrschen. Vielmehr brauche ich zu dem Gerät hier eigentlich nichts sagen. Ihr seht schon, von der Größe her geht das soweit in Ordnung. Relativ schwer, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Produkten, die dasselbe können. Ich weiß nicht, was sie da verbaut haben, aber das Gewicht stört mich persönlich jetzt überhaupt gar nicht an dieser Stelle. Okay, ich schließe das Gerät jetzt an und zeige euch mal eben, wie es einzurichten ist. Und wir machen einen kurzen Überflug über die Admin-Oberfläche, damit ihr seht, was kann man einstellen und wie ist das Ganze aufgebaut. Ich habe meinen Computer jetzt mit einem LAN-Kabel an dem VR900V logischerweise am LAN hinten angeschlossen. Ihr könnt das Ganze auch über Wi-Fi machen. Die Wi-Fi-SSIDs stehen hinten auf dem Gerät drauf, genauso wie die Kennwörter hierfür. In der Schnellstartanleitung steht es ja drin, ich mache meinen Browser auf, gehe auf die 192.168.1.1, alternativ auf tplinkmodem.net und starte dann die Schnellinstallation. Der Assistent führt dich da einfach durch. Ich denke, da intensiv drauf einzugehen. Die Zeit sparen wir uns. Ihr müsst auch ein Kennwort für die Admin-Oberfläche hier festlegen, aber das ist wirklich total easy. Das zeige ich jetzt an der Stelle nicht. Hast du das Initial erst mal eingerichtet, kommst du hier auf die Admin-Oberfläche, die ich hier schon einmal geöffnet habe. Es gibt die Basiseinstellungen und die erweiterten Einstellungen. Wir schauen uns ganz kurz mal ein paar Einstellungen ein. Was kann denn die Oberfläche und was kann ich mit dem Gerät machen? Nun, zunächst mal, wenn ich mir das anschaue, das sieht ziemlich aufgeräumt und ordentlich aus. Ich bin mit dem Internet verbunden. Mein Router läuft im 2,4 und 5 GHz Netzwerk. Ich kann hier alles anklicken und komme dann entsprechend auf den gewünschten Menüpunkt. Klicke ich jetzt auf kabelgebundene Teilnehmer, sehe ich, aha, mein Computer ist damit verbunden. Keine WLAN-Teilnehmer, kein Drucker und auch kein USB-Datenträger. Das Internet kannst du hier einrichten, was aber der Assistent für dich schon getan hat. Nur, falls sich mal was ändert, an dieser Stelle ist es zu finden. Das WLAN richtest du hier ein. Solltest du auch unbedingt ändern. Ich finde den Code hier fast ein bisschen zu einfach. Was heißt fast? Er ist zu einfach. Das schnelle Gastnetzwerk kannst du unter dem Punkt Gastnetzwerk aktivieren. Damit kannst du für die Gäste ein eigenes Netzwerk zur Verfügung stellen. Du kannst auch sagen, dass die Gäste sich zum Beispiel untereinander gar nicht sehen dürfen. Sie surfen somit in eurem Netzwerk ausschließlich über eine Gastverbindung, sehen sich selber nicht und sind auch getrennt von deinem Netzwerk und deinen eigenen privaten Geräten, die mit dem Gerät verbunden sind bzw. in dem Netz drin sind. Voice-over-IP. Ich sagte ja schon, das Gerät ist ein All-IP-Gerät. Damit kannst du Voice-over-IP machen. Direkt am Router füge ich jetzt einen Anbieter hinzu, beispielsweise die Telekom oder viele hier aufgeführte, natürlich auch ein anderer Anbieter. Dann musst du hier die entsprechenden Felder ausfüllen. Das sagt dir aber dein Voice-over-IP-Anbieter. Telefonie-Geräte. Der Router hat auf der Rückseite zwei analoge Anschlüsse für zwei Telefone. Telefon 1 und 2. Natürlich darf ich die auch bearbeiten, kann die bearbeiten. Und wenn ich dann entsprechende Voice-over-IP oder Telefonnummern hinzugefügt habe, dann kann ich auch die ausgehende Rufnummer hier festlegen. Toll ist an diesen All-in-One-Geräten natürlich auch, da ist eine Deckbasis mit drin. Spart mir Strom, spart mir ein weiteres Gerät und ich habe alles in einem und kann ein neues Decktelefon registrieren. Da spielt es auch keine Rolle, welchen Hersteller ihr wählt. Ihr findet die Basis und das Kennwort ist die 000, verbindet euer Decktelefon und könnt es genauso in den Telefoniegeräten verwalten wie die anderen auch. Es bietet sich auch eine Voicemail, ein Anrufbeantworter, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Ich kann den USB-Datenträger ebenfalls als Aufnahmepuffer nutzen. Dazu schließe ich einen Stick an und erweitere die Aufnahmekapazität. Was mir an der Stelle fehlt, ist der E-Mail-Versand. Ich würde gerne diese Voicemails direkt per E-Mail bekommen. Vielleicht bessert man hier in der Firmware nochmal nach. USB-Anschlüsse hat das Gerät auch, hatten wir ja gerade in der Einleitung schon gesehen. Ich kann das Gerät als UPnP-Medien-Server nutzen, kann Ordnerfreigaben für Computer machen, um eben via SMB darauf zuzugreifen. Das kann auch jedes Betriebssystem in der Regel. Der VR900V bringt also die NAS-Funktionalität auch mit. Wer hier mehr Anspruch hat, weil der Datendurchsatz auch bei einer 1-Gigahertz-CPU nicht dem eines vollwertigen NAS entspricht, sollte dann eben ein NAS wählen. Aber dennoch erwähnenswert bleibt für den gelegentlichen Zugriff. Und das gemeinsame Austauschen von Dateien, wo ein NAS nicht unbedingt nötig ist, ist so eine Funktionalität im Netzwerk natürlich super. Ebenfalls, wenn ich zum Beispiel an zwei Geräten auf den UPnP-Medien-Server zugreifen will, weil meine Filme beispielsweise auf dem USB-Stick oder der Festplatte, die angeschlossen ist, liegt. Natürlich kann ich auch Drucker anschließen und einen Print-Server damit realisieren. Du hast einen Drucker, den du freigeben möchtest und zwar nicht über einen PC, der ständig laufen muss. Dann schließt du ihn einfach an diesen Router an. Und er ist auch noch ein Print-Server. Alternativ bietet sich auch die Möglichkeit, über LTE beispielsweise eine Internetverbindung aufzubauen oder über 3G, wenn das nötig ist, einfach einen entsprechenden Stick mit der SIM-Karte einstecken und schon verwandelt sich das Gerät in einen LTE-Router bzw. 3G-Router. Die Kindersicherung ist selbstverständlich. Kann ich mit Blacklist, mit Whitelist arbeiten, kann Geräte erlauben, verbieten, was auch immer. Das war aber jetzt erstmal die Einstellung im Schnelldurchgang und zwar die Basiseinstellung. Das, was du tätigst, wenn du das Gerät erstmalig einrichtest, was du machen kannst, dafür reicht diese Basiseinstellung in der Regel aus. Ich möchte aber an dieser Stelle mehr. Ich will zeigen, was da noch drin ist. Da finde ich die erweiterten Einstellungen des Gerätes und schon sehen wir mehr. Da ist dann nämlich nicht mehr der Netzplan, sondern es steht detailliert der Status des Gerätes. Ich habe dann im zweiten Punkt eine Betriebsart. Bei mir läuft es gerade als WLAN-Router. Ich kann ihn, wie schon eben angesprochen, als 3G- oder LTE-4G-Router laufen lassen. Standardmäßig läuft er auf DSL-Modem-Router, was vermutlich auch bei dir der Einsatz sein wird. Unter dem Punkt Netz habe ich dann nämlich auch eine WLAN-ID-Einstellung. Ich kann also WLANs, VLANs, wie auch immer du das nennen möchtest, mit diesem Router realisieren. In den erweiterten Punkten kann ich die Firewall ausstellen oder diverse andere Einstellungen tätigen, die wirklich für die erweiterten Einstellungen, in Anführungsstrichen, also für Bedürfnisse, wo du weißt, was du tust, durchaus geeignet sind an dieser Stelle. Da gehe ich an der Stelle jetzt nicht tiefer rein. Gehen wir kurz in die LAN-Einstellungen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, den VR900V weitergehend zu konfigurieren, ob als DHCP-Server oder als DHCP-Relay. Ich kann Adressreservierungen vergeben, das sollte aber jedes Gerät eigentlich können, was einen DHCP-Server bereitstellt, oder eben für die eigenen WLANs das konfigurieren, so wie ich es brauche. Das Interface-Grouping. Ich kann Schnittstellen zu einer Gruppe hinzufügen, im Punkt Dynamisches DNS, natürlich Dyn-DNS, entweder von den Anbietern, die hier aufgeführt sind, oder Benutzerdefiniert. Bei Benutzerdefiniert brauche ich die Update-URL und wie ich schon in vielen anderen Videos gesagt habe, Dyn-DNS. Das ist am Router an der richtigen Stelle aufgehoben. Wir haben ein erweitertes Routing. Wir haben die Möglichkeit, eine VPN-Verbindung aufzubauen zu dem Gerät über IPsec, VPN und der IPv6-Tunnel. Falls ihr einen reinen IPv6-Anschluss habt, zum Beispiel Unity Media bietet das ja häufig an, dann kannst du hier die DS-Lite-Tunneling-Methode einstellen, falls du das benötigst. Unter WLAN kommen die erweiterten Einstellungen jeweils für das 5 GHz und für das 2,4 GHz Netz. Die WPS-Einstellungen, die MAC-Adressfilterung, der WLAN-Zeitplan. Möchte ich das WLAN in der Nacht ausschalten, kann ich das hier getrennt machen. Einmal für das 2,4 GHz und einmal für das 5 GHz Netzwerk. Die Statistik findet ihr hier. Bei mir wurde da gerade noch nichts übertragen. Ich bin ja auch mit dem Kabel verbunden. In den erweiterten Einstellungen sind die erweiterten Einstellungen der erweiterten Einstellungen von Wifi zu finden. Ihr könnt das Gastnetzwerk hier wieder konfigurieren mit etwas mehr Einstellungen. Ebenfalls eine Datenratenkontrolle, um eure Gäste beispielsweise etwas von der Leistung her einzuschränken, damit ein Gast, man weiß ja nie, wo er den Router einsetzt, nicht eure gesamte Leitung blockieren kann und damit andere Geräte ausbremst. Im Telefonbuch könnt ihr ein Telefonbuch hinterlegen, was dann auf den Telefonen auch genutzt. Besonders zu erwähnen die Decktelefone an der Stelle und die Notfallnummer-Einstellung. Das ist vielleicht ganz interessant für Kinder, würde ich sagen. Denn wenn die Notfallnummer aktiviert ist, könnt ihr sagen, nach drei Sekunden soll eine Handynummer gewählt werden. Sagt Speichern. Dann macht das Kind nämlich eins, es hebt den Hörer ab und nach drei Sekunden, also der Warmlaufzeit, wird diese Rufnummer angerufen. Ihr solltet das natürlich wieder deaktivieren an der Stelle, sonst wird das jedes Mal getan. Auch hier wieder die Telefoniegeräte hatten wir schon, das Anrufprotokoll, Anrufregeln. Zum Beispiel, wenn ein Handygerät angerufen wird, dann nehme diese Nummer für ausgehende Anrufe. Kann ja sein, dass ihr einen Anbieter habt, mit dem ihr kostenlos Handys anrufen könnt. Unter Do Not Disturb kannst du einstellen, dass Telefoniegeräte in der von dir definierten Zeit nicht klingeln werden. Ebenfalls die Anrufblockierung für bestimmte Rufnummern, eine Anrufweiterleitung ist klar, Call-Through ist auch mit dabei. Und DECT könnt ihr hier einstellen. Die PIN zum Beispiel, die DECT-Feldstärke kann reduziert werden, falls ihr nur in einer kleinen Wohnung oder in einem Raum das nutzen wollt. Und ECO-DECT sollte die DECT-Geräte das unterstützen, findet ihr an dieser Stelle. Die Verschlüsselung ist standardmäßig aktiviert, das heißt, die DECT-Verbindung zwischen dem Router und den DECT-Geräten ist verschlüsselt. Mit TP-Phone könnt ihr mit der App auf einem Smartphone oder auch auf einem Tablet telefonieren, um das auszuschalten. An dieser Stelle und für Voicemail gibt es hier die erweiterten Einstellungen, zum Beispiel den Fernzugriff, um aus der Ferne die Voicemails abzuhören. Ich sagte ja schon, ich bevorzuge das eigentlich per E-Mail. In der Network Address Translation findest du die erweiterten Einstellungen. Und ich denke, an der Stelle gehe ich ganz kurz durch, denn wenn du hier Einstellungen tätigst, weißt du, was du tust. Einmal die virtuellen Server, Port Triggering, DMZ für eine IP kann ich aktivieren und UPnP ist aktiviert. Allerdings bin ich davon nicht der Freund und deaktiviere UPnP an dieser Stelle. In den USB-Einstellungen, was soll man sonst tun, kannst du USB-Einstellungen tätigen. Ich sagte ja schon, der Zugriff mit Samba ist möglich. Auch der FTP-Zugriff ist standardmäßig aktiviert. Das möchte ich auf gar keinen Fall für mein Gerät und ich kann hier Benutzerkonten hinzufügen, um eben Berechtigungen auf die Ordner hier einzustellen. Im Print-Server findet sich nicht viel mehr und in den LTE- und 3G-Einstellungen kann ich hier noch einige Einstellungen vornehmen, falls nötig. Die Kindersicherung ist die gleiche wie vorher auch und die Datenratenkontrolle kannst du hier einstellen. Ich möchte schon festlegen, dass eine IP-Adresse oder ein IP-Adressbereich, den ich definiert habe, den ich eingestellt habe, für Gäste oder auch für Kinder, kann ich hier eben Einschränkungen tätigen. In der Sicherheit finde ich nochmal die Kindersicherung und die IP-MAC-Adressbindung. Eine feste IP-Adresse kann ich mir an dieser Stelle machen. In den System-Tools die Uhrzeiteinstellung, die Diagnose. Ich kann eine Diagnose machen, inwiefern er dann was findet. Das ist eine andere Sache. Probleme gab es bei mir nämlich nicht, sodass ich gar nicht auf den Punkt mit der Diagnose kommen muss. Das Firmware-Upgrade, den Konfigurationsmanager zum Sichern der Einstellungen wiederherstellen und auch Werkseinstellungen ganz klar. In der Verwaltung kann ich den Port für die lokale Verwaltung ändern und auf eine IP-Adresse festlegen, ebenfalls die Fernwartung aktivieren. Dann ist mein Router, also die Admin-Oberfläche, auch von fern über mein DIN-DNS erreichbar. Das Systemprotokoll, die CWMP-Einstellungen. Zum Beispiel bei der Telekom ist es möglich, den Router automatisch einstellen zu lassen, aber der Assistent hilft dir an der Stelle auch ganz gut weiter. Die SNMP-Einstellungen und die Statistiken. Und ich sagte ja, ich habe UPnP deaktiviert. Jetzt möchte ich aber meine Ports von extern selber weiterleiten. Das tue ich unter Network Address Translation, also NAT, virtuelle Server, und kann hier entweder bekannte Dienste, wie zum Beispiel HTTP, vom externen Port 80 auf eine interne IP weiterleiten. Das nur zur Information. Das war also der kurze Überflug über die Admin-Oberfläche, wie man was wo einstellt an dem Router. Und ihr seht schon, es ist gut gehalten. Ich finde mich zurecht und kann das Ganze auch an einem Touchgerät, zum Beispiel einem iPad oder einem Android-Gerät bedienen. Was ist jetzt aber mit der Leistung? Wie sind die Erfahrungen, die ich bisher damit gemacht habe? Also, das Gerät ist, wie ich schon anfangs sagte, ein WLAN-Modem-Router mit Telefonanlage. Das haben wir auch gerade in der Oberfläche gesehen. Den VDSL-Vectoring bis 100 Megabit ist damit auch möglich. Wifi ist simultanes Dual-Band nach AC-Standard 600 Mbit maximal im 2,4 GHz Netz und 1300 Mbit im 5 GHz Netz. Beamforming kann das Gerät genauso. Das heißt so viel wie, dass Clients nicht nur mit WLAN versorgt werden, sondern gerichtet auf das Gerät. Und das wird an der Stelle von dem Router gemacht. Die DECT-Basis kann übrigens bis zu sechs DECT-Telefone. Das ist Standard auf dem Gebiet. Und die zwei Analog-Telefone haben wir auch gerade in der Web-Oberfläche gesehen. Von der Geschwindigkeit her war ich zufrieden. Das WLAN wird gefunden. Der DHCP-Server reagiert schnell. Und die Verbindung steht sehr fix. So wie ich das eigentlich auch von so einem Gerät erwarte. Diese Telefonie war ebenfalls völlig problemlos möglich. IP-Telefonie, da hat es keine Probleme gegeben. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Das Gerät kostet aktuell 169 Euro. Das mal am Rande erwähnt. Den Amazon-Link poste ich euch. Vielen Dank, wenn ihr darüber bestellen solltet. Damit unterstützt ihr mich und meine Videos. Im Betrieb hat das Gerät jetzt im Vergleich zu meinen bisherigen Routern einen sehr stabilen Eindruck gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte jetzt nicht irgendwelche Probleme. Das, was nicht erreichbar ist. Die Wi-Fi-Reichweite kann ich immer schlecht testen. Das war natürlich im ganzen Haus verfügbar. Aber durch die Stahlbeton-Decke, die da verbaut ist bei mir, muss ich zwangsläufig unten im Untergeschoss sowieso ein eigenes WLAN aufbauen. Und draußen war es soweit im Garten in Ordnung. Und weiter gehe ich eigentlich nicht und prüfe das Wi-Fi. Insofern kann ich nur sagen, von meiner Seite her war das absolut ausreichend. Und ich bin zufrieden gewesen, was das betrifft. Die fest verbundenen Clients sind bei mir sowieso mit einem Managed-Switch verbunden, der wiederum dann über den Modem-Router ging, was auch problemlos funktionierte. Meine Drucker sind alle mit dem Netzwerk verbunden. Ich habe also keinen Drucker angeschlossen. Und ein eigenes NAS habe ich auch. Ich komme nicht auf die Idee, das jetzt mit dem Gerät hier zu machen, da meine Ansprüche einfach zu hoch sind, als dass ich da was anstecken würde. Aber was hat mich an dem Gerät gestört? Ich habe vermisst, das hatte ich ja schon gesagt, dass Voicemails beispielsweise per Mail versendet werden. Wie sieht das mit Faxen aus? Auch hier wünschte ich mir diese Funktion mit integriert, auch wenn man es heute nicht mehr braucht. Auch ganz ehrlich, wenn ich Faxen will, dann schaffe ich mir die Hardware an, damit ich das kann und verlasse mich nicht auf so ein Gerät. Ich allerdings brauche das. Und aus dem Grunde vermisse ich es so ein ganz klein wenig. Auch wenn ich da ein Faxgerät stehen habe und dieses Faxgerät ebenfalls per PDF mir das Ganze verschicken würde. Dennoch, summa summarum zusammengefasst, das ist echt ein stabiler Router. Das ist ein tolles Gerät, das wir da gebastelt haben. Ist auch schon ein bisschen auf dem Markt nicht ganz neu. Die Reviews auf Amazon und auch die man im Internet findet, bestätigen so meine Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Und es ist günstiger vom Preis her, als eben andere Hersteller es anbieten mit der ähnlichen Leistung. Von daher, wenn ihr so ein Gerät sucht, dann wäre das von mir ein Tipp, eine Empfehlung. Könnt ihr produktiv einsetzen und ihr werdet damit relativ wenig Schwierigkeiten haben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Daumen hoch machst. Damit unterstützt du nicht nur mich, sondern YouTuber allgemein. Über ein Abo freue ich mich natürlich immer. Dann bleibst du immer auf dem aktuellsten Stand meiner Videos. Schau doch mal meinen Kanal, viele, viele weitere Videos. Und auf idomics.de, ganz unten in der Navigation, findest du die Videoliste. All meine Videos in chronologischer Reihenfolge und direkt zum Ansehen. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.